Minolo hat in der Umkleide diese CD... Minolo hat in der Umkleide diese CD gefunden. Sie lag auf dem Boden? Ja, und da sind Dateien drauf. Das gefällt mir überhaupt nicht. Sie lag auf dem Boden. Häng doch einfach einen Zettel in der Umkleide auf. Einen Zettel aufhängen? Hallo? Hat jemand scheiß geheimes CIA-Material verloren? Ganz bestimmt nicht. Da hat irgend so ein wichtiger Typ ziemlich viel Scheiße gebaut. Das könnte für meine anstehenden Korrekturen nützlich sein. Darauf kannst du wenden. Ich hab aus meinem Körper rausgeholt, was möglich war. Genau. Osborne Cox? Ja. Ich dachte, Sie machen sich vielleicht Sorgen über den Verbleib von Ihrem geheimen Scheiß. Das, was Sie hier tun, das nennt man Erpressung. Aber ich bin doch bloß ein guter Samariter. Geben Sie mir die CD und hören Sie sofort. Wenn Sie das Geld haben, Sie Arschgesin. Wo ist das Geld? Er hat's mir nicht gegeben. Und wer ist dieser Pfarrer? Das ist heikel, Herr Fickt Mrs. Cox. Fahr um die Ecke, wir machen's hin. Du bist so vulgär. Hinten im Wagen, ich hab nicht gemeint von hinten. Was ist deine Kostprobe? PC oder Mac? Äh. Die Russen? Was haben die Russen damit zu tun? Sie könnten auch ein Spion sein, Madam. Wir wissen eigentlich nicht hinter was die alle hier sind. Halten Sie mich auf dem Laufenden, äh, wenn, wenn etwas läuft. Hey, wer sind Sie? Sieh aus! Wir schließen uns mit dem FBI kurz wegen dieser Leiche. Nein, nein, verbrennen. Die Leiche wird verbrannt. Ja gut. Ich got a line on you, babe. I got a line on you, babe.